Obi-Wan Kenobi in perfekter Tarnung. In Gestalt des Attentäters Reiko Hardin unternimmt Obi-Wan eine geheime Mission, um das separatistische Komplott gegen Kanzler Palpatine zu vereiteln. Mit List und Mut gewinnt er das Vertrauen des Kopfgeldjägers Cad Bane und des kriminellen Drahtziegers des Plans Moralo Eval und verschafft sich Zugang zur Festung des Separatistenanführers Count Dooku. Nun entscheidet sich vor der schönen Kulisse des Planeten Sereno bei einem barbarischen Wettkampf das Schicksal von Obi-Wan Kenobi und möglicherweise das der gesamten Republik. Und was für einen amüsanten kleinen Wettkampf stellt sich der Count da vor? Ich wäre überrascht, wenn wir alle die Sache überleben. Schöner Hut. Wo hast du den her? Was guckst du denn so? Der steht mir doch. Ich habe euch hierher eingeladen, weil ihr die besten Kopfgeldjäger der Galaxis seid. Kira Swan, zweimaliger Gewinner des Obsidianischen Kreises. Der Rhone, auch besser bekannt als der Kammerjäger. Sixthet, der Outland-Schlechter. Embo, deine Kopfgeldprämien sind in dieser Saison nur hinter denen eines Mannes zurückgeblieben. Cat Bane, den Mann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Reiko Hardeen, der Scharfschütze von Concord Dawn. Jakoli, bekannt dafür, keine Gefangenen zu machen. Onka, du und dein Bruder seid ein legendäres Team. Alleine könnte es hier allerdings eng für dich werden. Quasi, dein akrobatisches Talent brachte dir einst Lob von Kanzler Valorum ein. Sinrich, Erfinder der holographischen Verwandlungsmatrix. Und zu guter Letzt Mantu. Dein Volk war ehemals eine friedliebende Rasse. Wie tief ist es inzwischen gesunken? In wenigen Augenblicken betretet die Elf das, was den hübschen Namen die Box trägt. Die Oxys, wenn ihr einabret, seid ihr tot. Jeder kämpft für sich allein. Der Kanzler ist nicht so schwer. Der Kanzler ist nicht so schwer. Der Weg raus ist nicht oben. Er ist da unten. Die Filter in meinem Helm schützen mich für kurze Zeit. Ich sehe nach, wie wir hier rauskommen. Hier ist ein Loch im Boden, das unter die Gasleitung führt. Sprengt hier runter und folgt dem Tunnel. Moral Uibal ist beeindruckt. Keine Verluste in der ersten Runde. Das ist in der nächsten Runde garantiert nicht der Fall. Untertitelung des ZDF, 2020